Wir drei Weiber, Hand in Hand, Rosen schwingt über Meer und Land. Oma und Oma und Oma. Drei Mal nach rechts und drei Mal nach links und drei Mal um uns herum. Der Zauber ist fertig. So, bitte. Schwingt es schon. Da hin, da kommt er. Ich sehe einen Mührt. Ich bin der Mührt. Wo ist denn der? Das ist der Mührt, das ist der doch Mührt. Mensch. Wo ist denn der, Alter? Drei Kinder. Wann denn? Ich bin ja, es war die Mötchen. Ja, aber ganz ehrlich, da hab ich auf mein Trebi nicht so Lauffahrt. Und, was kannst du denn schon langsam? Schon? Da ist Christi-Kreide. Drecks, Mann. Warte mal. Mann! Ohne will Anna, oder? Wie komm es mal? Nein, wirklich? Glaubst du es wächst? Echt? Ich weiß nicht, wie gut er ist. Die Leute! Der Stasi hat den Urwäsch. Hör mal mit deinen Scheißen. Ach, die Geschmarrer. So ist der Stasi nicht alles. Und der Tauder. Vielleicht hat er den nicht gepasst. Nicht klar. Und der Tauder. Der funktioniert mal auf jeden Fall. Oh, ich hab noch eine Idee. Heute gab's Bananen im Könntum. Oh, was ist das? Oh, ich hab noch nicht mehr. Ja. Scheiße, ich hab noch eine Idee. Oh. Oh, ich hab noch eine Idee. Jetzt wird's noch einen Kinder gegen beim Zimmer tellen. Ah! Oh, du bist wohl einfach auf Schweigaden dünn. Da ist er auch nicht. Das ist super. Ja. Machen wir nicht herum. Oh, ich weiß nicht. Heute Abend kommt, wer wird die neue Superhekte im Fernsehen? Die sind so schön. Die schauen ich gerne an. Ja. Das kommt gut. Ja. Dann machen wir es. Aber zuerst schauen wir nur meine Kupfer rein. Ja. Ja. Nein. Ja. Applaus Ja. 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 Ja.